beitritt und müsstest glaube ich ganz auf die in die lobby rein von salmon run und dann müsste glaube ich frau müsstest du mich unter freunde finden und dann könntest du also gut jetzt glaube ich gerade nicht aber nach der runde auf jeden fall geht das shooter sind nicht ein fall meine normalerweise auch nicht also ich bin auch nicht so der 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 fan sagen aber das blätter so dann bockt schon ein bisschen das ist schon lustig aber gut jeder hat glaube ich so wenn er was mag so was ich meine bin auch kein freund von bieten oder racer das noch ein er braucht helfen gab es gab der gabel gab es gab ja ich habe verstanden aber wie es so hat er hatte zum zweiten mal seiner special schon gibt es glaube nicht daran dass wir weiterkommt was hat er ist eigentlich kann sein der andere hat auch einen das weiß ich habe jetzt nicht noch niemand kann nur nur eine einer es gibt ja vier specials und wird aufgeteilt einer strahl einer box special einer tippen ja das kann sich auch noch machen das ist okay also einer wenn man recht ist du kannst auch mit spiel ins bett und ich bin ja auch ganz ja auch noch da da hat der ein der andere hat jump ausgelöst also sprich die einzigen die noch zwei specials ja solange sie soll es richtig einer kann auch mario karten ins bett und man mitspielen ja es wäre voll und heißt dann habe ich auch was gesehen grusel grusel okay passt schnell ich habe mich verlaufen da muss ich aber nacht ja auch sogar einmal mitgemacht ja das weiß ich noch ich glaube anders spielt nicht gerne das macht mich traurig verständlich dann war nicht ich war jetzt immer wieder und so viel los schon wieder also vielleicht aber das geht aber das haben wir nein und das bett und im gegensatz zu anderen stuttern wo ich damals verboten bekommen habe zu spielen weil ich immer meinen abgeschossen habe dann kann ich schon mal ruhig das geht hier nicht ich würde es gerne aber es geht ja also manchmal würde ich auch gerne habe wo ins wasser schützen nur manchmal was mache ich manchmal bis zum gegnerischen tipp da muss ich dich ein kleid schützen ach so das ist ja nicht schlimm das ist ja nicht schlimm ich bin ja wenn ich sage immer das verfahren machen ja sind man schillig jetzt mal den strahlkopf aktiviert mal das war glaube ich weiß ich muss ich auch nicht es hat geklappt so wenn das ja das ist keiner gestorben also auch von den gegnern vielleicht nein 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 rad der a joggen ja ich habe es sollte machen wir haben jetzt doch eine spezielle hätte ich noch nein ich muss was ein bisschen aus scheiß und wir haben das blühe ich bin tot was hatten das connect ja jemand ist gleich das master aus hier warum kann das vielleicht damals 16 war es ja auch schon daher hier kannst du sie mitmachen so ich glaube jetzt könnte ich glaube ich ausruhen ob wir also jetzt könnte man in lobby glaube ich reinkommen ich warte jetzt einfach mal weil cheesecake wollte dazu kommt ne warte ich jetzt einmal kurz müsste glaube ich unter carol jawoll sehr cool dass sie auch spiel cheesecake und ultraschall sagen das finde ich cool 16 jahren her aber ich muss sagen kann das vielleicht auch nie gut drin also und sowas ich habe nie gespielt ja kann das vielleicht auch vielleicht damals und da freuen so ein bisschen so weil es halt mitgenommen war so müssen nicht so gut alles ist nicht schlimm wie wir macht das ja noch was außerdem wie es gibt eine goldene regel im internet bei team matches wenn es nicht läuft ist immer der wende wir haben sara da wird sie mit dem rennen das heißt wenn wenn wir ins wasser fels sager ganz einfach wie du merkst methi labert gerne mal was einfach nicht zuhören so bringt die eier nach hause methi ist immer schuld katschule 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 oder sie der inkling so danke sara wohnheim Okay, Bombard. Das stimmt, das war's was anderes. Never trust Harry. Never trust Harry. Was hab ich schon wieder gesagt? Ich weiß es nicht, aber nicht vertrauenswert. Achso, okay. Als wäre es Harry. Oh, Kirby, ey. Oh, man ey. Was, 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 was? Oh, Mann. Was hab ich geschrieben, ey? Ja, wo sie denn durch ist? Dann kann ich Unsinn machen und so aussehen lassen, als wäre es Harry. Ja, genau. Ich, ich, ich fühl mich ein bisschen... Auch noch ein bisschen. Ja, genau. Es geht immer ums Spaß. Das, was er schreibt. Da ist so. Außer in Super Mario 3D World. Da habe ich mit dem Auskasten. Nein, ich bin's was er gefallen. Ja, das war Kawa. Ja, vielleicht. Da, 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 da. Da, 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 da. Voll, oh nein. Einmal an der Schlange. Danke. Danke. Ja, voll gerne. Jetzt müssen wir Kahn... Wissen. Du warst das. Ja. Ich hab auch einen Kackschirm im Moment. Okay. Ja, hier ist glaub ich mal ein bisschen helft. Oha, noch eine Schlange, ey. Ja, gut. Und hier am Korb ist eine... Auto ist hier auch, hier oben. Komma. Sehr schön. Ja, ich hab die Eier einfach... Da haben wir oben auch noch mal ein paar, das reicht. Ja, hier liegen nämlich ganz viele Eier. Da, 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 da. Ich hab' ja gerade mal ganz stichst an Ziel. Da, da kommt. Och. Och. Ich hab' ja keinen mehr von da... Wo ich kann mich noch ganz schnell um die Schlange... Oh, nein, da hab ich's passiert. Um die Schlange. Ja, verdammt. Nein, I'm dead. Ich bin auch tot. Wir leben da hinten, in Kanu. Der Warhard mich gerettet. Dich auch? Ja. Perfekt. Okay, die Schlange, okay, die Schlange ist auch weg. jetzt nur überlegen weil es keine hohe aber ich glaube das geht ja kommt trotzdem hier bleibt jedoch gerne kommt haben wir noch kaputt niemand ärgert die leute auch nicht diese blaster ich hab den eimer ich bin auch immer was ok ring kaputt da müsste ich irgendwo noch da hinten hinter dir was auf dich auf wo auf der anderen seite lang hier ist ein regent tut ich bin das einmal weg ja das glaube ich ganz gut schlange kaputt hier ist noch ein auto ich muss auch erstmal das ein weg bringe fahr doch das schwimmen wie auch immer also ich dachte meint das auto da ich fahre doch nicht also vor schnell diese tor kommen her du hast mir sollte dann schreiben lebenslauf bewerbungsstab ist nervig lebenslauf gehen einfach alles reinpacken so macht das die letzten fünf minuten geht schon bald will mit schokolade streifen und weiße schokolade das ging so gut ich wünsche die würde mir echt welche schicken ach sie schickt uns keine zu ich hatte bei vier seiten soll das nicht immer so kompakt sein ich dachte auch eine seite also alles so auf eine seite und wieder schon wenn wenn zu viel ist dann zu überlegen ob du es wirklich auf die zweite seite passt oder überlegst du den anfang weg zu lassen du hast deine tätigkeiten ja und ich auch voll gut entkommen sind wir ein random wenig max weil sein die sache ist deine muss halt überlegen ist da erst mal 70 bewerbungen und überlegst du so lese ich mich für seinen durch nein keine zwei seiten eine seite ich glaube das ist so optimal ich glaube so tätig in den hauptkram den schmeißt man sieht schon in geileck aus jetzt muss ich auch hat fahr die auf das grund bevorste ja ach so das ist die füllung die sieht schon nice aus für lang mit dem kalina nein die sind gut aus weil ich mich auch noch auf ebbe ich habe mich gerettet ja ich musste auch noch mal kurz wieder oben reden und es wird dunkel okay was für ein modus wir sollten uns glaube ich sammeln der goldener ist hier ja das sind zwei ich kann hier glaube ich für die jagen jetzt alle nein ich wurde es ja angesprochen ich werde für beim nächsten mal smash anständen versuche auf zeit ich muss sagen zeit finde ich immer furchtbar ich habe das gefühl auf zeit ist so ich weiß nicht jetzt stell dir mal vor wir kämpfen die ganze zeit ich gegen dich und dann kämpfen die ganze zeit oder damit ich weiß ich nicht und oder du bist kurz davor damit mich raus zu hauen und dann kommt jemand anderes her haut mich raus und klaut ihr den punkt ich mag zeit gar nicht so ich bin echt mehr so deswegen mag ich versuche aber dann hat man so eine bedürfnis am leben zu bleiben und muss glaube ich viel aktiver gucken wo man angreift ja gut das stimmt ich muss sagen in smash gucke ich immer dass jemand nicht hart gefokust wird das gucke ich immer dass ich jetzt die man raus fokuser ich gucke mal wer am meisten leben hat das ich glaube dass das zwei zum beispiel bei mir ist das so meistens hast du sogar drei leben und dann weiß ich okay wenn wenn alle mittlerweile rausgeflogen sind außer jetzt der der drei leben hat dann jage ich den der drei leben hat deswegen sage ich da dann ist dann habe ich das dann sage ich dass man also ich bemühe mich das an zu sagen dann sagt dann immer so ja der hat noch drei lebende mit jeder weiß alles klar drauf weil ich muss sagen in smash bin raus zu fokus finde ich auch doof deswegen gehe ich auch so selten auf auf selina zum beispiel weil sie halt jetzt vielleicht noch nicht so die erfahrung ins messer und genau deswegen nicht raus fokus da ist mir klar deswegen sagen ja meistens bin ich dann so er so dadurch entsteht halt dass das ich mehr auf bg als auf selina weil ich ganz genau weiß dass das dann halt weiß man dass man halt guckt okay damit das halt ausgeglichen ist wenn man echt immer so auf die auf die auf den einen rausfokus das finde ich bin ich eher nicht doof das stimmt schon das habe ich schon bei bei magic gelernt so also ich habe meine magic gespielt haben wir natürlich immer mehr spieler und ja war das halt auch so dass dann halt wenn man spielt dann zu viert und so eine magic wurde kann auch bis zu stunden gehen also 2345 stunden wenn du dann da ich bin rausfokus so nach einer stunde ja dann wenn er nach hause geht was soll er denn noch war lange wird immer kleiner scheiße und danke für den lörg anna bringen wir was mit aber wir waren gerade gegessen habe ich bin immer ist nein guten hunger anna das ist nicht mehr tot und da ist noch ein weg das mario was weiß was wir haben gefragt ob wir gewusst nein lass dich liegen das letzten 30 studium grundfächern mit bachelor arbeit thematik echt okay ja gut weil es ist halt unterschiedlich wie man so ein lebenslauf gestaltet und macht man hängt aber auch am ende sitzt ja auch wieder ein mensch dahinter der dann entscheiden muss wer 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 da genommen wird und wenn ich und ich glaube das hängt aber auch wir haben die die der modus des kubel glaube ich immer schießen also muss nicht gedrückt einen schießt automatisch und dann verbraucht eine reguläre das herauskommt einfach aufladen muss nur wer gehen dann die eier schon cooler modus da komme ich gerade ich nicht ich hole mal die eier wo ich habe ich habe die coole fähigkeit modus den hatten wir noch gar nicht meine kenne ich auch noch und früher dass er jetzt schon ganz cool ist ja gut um nochmal auf kerbys punkt nochmal zurückzukommen bei so kann natürlich auch sein dass ich irgendwann früher später auch mal zeit anmacht das ist jetzt nicht ich meine ich habe damals gesagt so selber und für die früchte langweil habe ich nicht voll bock aufs zählern der will kann man ja auch gesagt war die wir kann also jetzt kommt man immer bei dir eigentlich näher zum anfang haben wir haben wir entweder reinkampf oder kopfspiel ja also einmal die woche kommt da habe ich noch alleine reinkampf dann gespielt also ganz am anfang noch so da habe ich einmal am tag einmal die woche reinkampf gespielt auch genau und einmal die woche fri wirken das kann sogar später das machen muss ich auch ganz am anfang oder mit nino und mit bio und mit dir und so abweg er ist nicht immer dran ich habe ich nie mit dir gemacht nicht an kampf liegerkampf ja das war ja auch später nee das war sogar sehr so gibt glaube ich noch dass das war sogar eines erst alles auf video hallo ich weiß ja hier wer ja ja hier anwalt hier das ist ja ich aus hier aber dann habe ich irgendwann gesagt man kann ja mehr wir kampf dazu nehmen oder dann und wir kommen zurück und verschallen ich glaube ich müsste dann download auch perfekte jetzt gleich wie seine perfektes timing sind in der dritten welle ja hi ich lieb noch ja ja warum ist das hier los hier warum ist das so wenig da geht noch was ich bin tot verdammt oh shit ja ja jetzt auf einmal wo sind denn alle unten da drunter ah ok ich hab das gesehen ok auto wo kommst du dann auf einmal her ich versuche dich kaputt zu machen und ganz einfach weg du bist der da ich lasse aus ja also wenn es bei dir läuft oder schall warten wir doch kurz auf dich kann so mit rein wird sogar platz und kannst du mitmachen nice startet gerade perfekt ja dann warten wir so so wird es ja noch sein richtig werdet ihr euch dann auch die Plättigung 3 holen ne scheißspiel nein also ich hab dich gefragt achso jetzt bin ich traurig nächste woche sonntag street matchy wieder smash wahrscheinlich ja immer sonntags machen wir es immer sonntags ist so der community day da zocken wir ähm mario kart smash und splatoon und demnächst auch among us da ist natürlich voice wichtig hehehe und meistens also aktuell durch also wir spielen auch ne also meistens in dem beispiel noch animal crossing da ist dann halt so ne stunde werde mir wahrscheinlich mir das bisschen 3 holen oh das wär gut das ist cool das ist schon mal cool das wäre schon 3 spieler finde ich gut jawoll ich wollte sie gerade antworten mhm mhm ne es dann schon 3 da freue ich mich auch richtig drauf ultrarschein perfekt nice ganz dann sehr richtig cooles lobby wer geben wir jetzt die schuld mhm dir achso weil du ein Poster bist ganz alleine das macht mich nichts mit einem Poster finde ich schon jetzt keiner sagt wer so stirbt hat verloren nein okay ins Wasser, alles was er los so viel zum Thema mach dich nicht so mit dem Poster, weißt nö ich hab schon wieder den Strahl ich war zum Stall oh hier hin ja nice, perfekt ne und noch mal ein bisschen rüber alle weg okay dann ich hab ich hab ja hin also zu ja das ein wenigstens perfekt Teamwork das Regen ich hab keinen Regenschneid in der Saal oh da ist doch ein Regen gut und da hinten nein, verlob ich ja ja ach so jetzt komm hier raus ach so jetzt komm hier raus oh oh perfekt oh wer den Eimer kann uns hab ihn da kommt die Stange ja also zwei Stück zwei wo ah ich hab grad gesehen und die anderen auch weißt schnell noch die Eier hier mitnehmen wo diese kleinen Kack ätzende naja und die nerven schon aber die nerven immer nein was krieg ich jetzt einmal juhu ok einmal ist glaube ich gerade so das ich hab dann der Schirm noch lieber oder hinterher gehen wir von beträgt hin näher aber ja ja sehr schön perfekt ja glaube ich nichts was schnell schießt ne so für den Turm ne wir haben nur so langsame Waffen ne ja stimmt schon war hier so ein großer wo das ist ein dicker boah perfekt ich glaub Eimer und Blaster sind gegen ich hab da eigentlich nicht gelassen ne ja richtig geizig Schlange ach da ist auch schon wieder kaputt ey man muss ein bisschen früher aufstehen weißt du doch und ein großer ich will aber liegen bleiben ja ja und tot naja ich hab auch ohne ok ich bringe das Wasser du hast gesagt sie durch nein hab ich früher auch du hast gesagt spring ins Wasser hab ich ganz doll gehört ich bin fest überzeugt davon ok dann glaube ich dir mal oh läuft voll gut ey sag das nicht zu laut ja ach so aber es läuft gerade so gut oh jetzt hab ich den Schirm ey oh ich hab den Eimer das wollen wir tauschen ich hätte gerne einen Eimer ja ja hier 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 ja 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 nein quatsch ähm ich glaub so funktioniert das nicht ey schade jawohl boah das war mega Teamwork das war Teamwork oh jetzt ein Hai das ist voll gut ey nein das sind unsere Haie Tipp für die Haie wenn die raus kurz bevor die rauskommt der Bombe in dir ist dann fressen die die Bombe und dann dann gehen sie kaputt instant voll gut oh Schlange das das sie nur nicht fressen lassen aber worst case frisst er die Bombe und dich boah na ich geh mal hier hoch ja warum ist so viel los zwei sind tot ja moment ich habe Bombe Special da ist und das ist total so sogar die Welle also man kann sogar die Specials nebenbei kriegen boah ja erlebt aber noch ein paar läuft doch heute verloren ich habe schon das stimmt ich weiß noch nicht was passiert ist war ich bin ich ein mages vor die beste runde aber wenigstens hast du es von stream ja es müssen so eine andere stelle rüber schneiden ruhig mal rein schneiden so richtig schlecht einfach ich wünsche ich könnte vielleicht aus einem anderen spiel smash oder noch besser so ein einzelspieler geld oder sowas markiert markiert aber das gehen noch nicht so viel von den kaufen markiert ja wenn markiert ist kann am besten doch einfach die sie fliehen weil der kann gerade eh nicht auf so erst dann bin ich so drehen ich bin noch mal markiert alles klar das spiel hat auch okay weil sie hatte durch das ganze sushi essen hast du diese fischmonster alles klar ich werde demnächst wieder so schießen das ist dafür dass ich mich immer gejagt haben er hat tatsächlich bin ich gerade mit der freundin und hier diskutieren wo wir essen gehen zum weinach so da steht doch die hat auch so richtig so nach einer debatte so diskutieren ja wo wir gehen hier ja wir können uns halt nicht entscheiden ich bin tot nur noch und noch und noch und noch nein nein ich habe noch gesagt wo wir haben aber 27 man sich eiern, ey. Boah, ey. Das ist schon bitter, ey. Boah. Ich glaube, da waren auch drei gleichzeitig oder so. Das war schon heavy, ey. Ja. Ja, ich bin auch in diesem Kackstrahl da. Oder Strahl, aber halt in so eine Tinte reingeschwommen. Kann ich eigentlich. Toll, Harry, boy. Ja, meinetwegen haben wir verloren, ey. Dann bin ich der erste Spiel, das Ende im Gelände, oder hätte ich mal zusammenreißen. War nicht der erste. Richtig zusammengegessen. Hast du nicht. Tada. Egal. Nur einmal. Nur einmal hätte ich lieber den Letzten. Also, ich bin happy mit meinem Regenschirm. Also, es regnet, habe ich Tinte. Äh, den Dox ist nix. Oder muss ein... Oh, hier ist hier oben. Heißt, ist hier oben. Ja, ich sehe dich auch da oben. Nein, das war mein Ei. Wir sind ein Team. Ja, hier gibt es kein Meinheit, dein Ei. Ist mir egal. Wie im Kindergarten. Ja, sind wir nicht im Kindergarten? Weiß ich. Da muss ich noch drüber nachdenken. Achso. Nice. Ich habe schon wieder kein Ei ab. Das bin ich traurig. Tja, also Ostern verlierst du. Gut, dass wir Weihnachten haben. Achso, stimmt. Scheiße. Vielleicht findest du deswegen kein Ei. Ich bitte mich weder. Wo bist du denn? Ah, da geht's. Fajana. Was hast du denn einfach? Ja. Ich habe es denn nur zehnmal gesagt. Achso, das meintest du mit was denn einmal? Du hast den Ei. Achso, ich dachte, du hast den einmal, weil du hast du nicht. Achso. Achso, das ist ein Ei. Nein, 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 hör auf. Ich habe das einvergessen. Danke. Jetzt muss ich mal einmal abgehen. Ich bin traurig. Heule. Heule. So? Ja, war schon. Also, wer war schon so die 2. Ah, okay. 2 plus ist gut, oder? Ja, ja, richtig. In Worten, später wurde das alles dann halt aufgeschrieben. Dann stand er mal gut runter oder sehr gut zufriedigen und ausreichend. Und immer, wenn du ein Minus hattest, also 2 minus, 3 minus oder so, dann wurde da noch hinzugefügt. Und wenn du ein plus hattest, dann wurde ein voll dazu. Und dadurch klang eine 2 plus einfach viel besser als eine, ähm, als eine 1, weil 5 voll gut, man hört sich besser an, als, ähm, sehr gut. Andersherum, wenn du so, wenn du sowas wie, äh, mangelhaft hattest, und, äh, 5 minus dadurch, dann ist so noch mangelhaft, weiß ich nicht, fing dann plötzlich angenehmer als ein voll mangelhaft. Ja. Tatsächlich, äh, habe ich bei meinen... Noch. Wenn wir hingesch... Wenn das halbwegs okay war. Du hast was hingeschrieben, was? Noch, so sind so viele Punkte. Ach so. Wenn ich hingeschrieben. Ne! Was jetzt? Ne, Quatsch. Ähm, ach so. Oh, Arakinenwerfer, zufrieden, wie eine Schlange. Oh, shit. Wo seid ihr? Wo seid ihr? We flee einfach. Nein! Oh, ich habe irgendwie gerettet. Meine Bomben haben. Was? Der hat überlebt. Oh, 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 oh. Boah, wir hatten auch voll lange... Eier, ne? Er spät die... Dinger gefüllt. Irgendwie. Äh, stimmt, ey, das ließ das. Wow, oh, 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 oh. Dass ihr... Das geschafft haben, ey. Oh, da ist jemand gestorben. Nein. Das sind zwei dicke Dinger. Und ich habe nur ein Eimer. Äh, ne, einmal. Schirm. Das hat er mich gesucht. Achso. Ja, ich finde manchmal... ...schwürdigkeiten, Wörter zu finden. Ja, manchmal vertausche ich auch manchmal Wörter, und dann kommt halt eine ganz andere Banane. Oh, sehr gut. Was war ich? Voll befriedigen und noch befriedigend, finde ich persönlich sehr noch verwirrter. Nein. Ja, gut. Danke. Schnell. Boah, kack, Raketen-Ding, ey. No, 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 no. Das hatte ich überlebt. So, ich bring mal die... schnell die Eier weg. Mach das. Verlauf dich dabei nicht. Ja, viel Fläche ist hier nicht zu verlaufen. Achso. Irgendwer wird dir den Spur oder später geben. Boah, ich hab dich auch mal gelandet. Ja, toll. Dankeschön, ey. Wow, du hast das Match gerichtet. Das ist gut gemacht, ey. Das ist gut gemacht, ey. Das ist gut gemacht, ey. Boah. Was denn? Nicht schlecht, alles gut. Alles gut. Ich fühl mich gemobbt. Ach, Quatsch. Willst du ein Prost-Eis? Oh, Kekse nehme ich gerne. Danke, danke und klar. Na, ich wünsche ich entweder. Ich will auch Kekse. Das ist mir schon leidisch. Ich könnte wieder Kekse machen. Ja, von nächstes Jahr. Wir essen keine Daten. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ja, wer, wenn nicht. Aus der Frage, ey. Nein. Wer, wer mega cool, ey. Ich guck mal, was ich hinkriegen kann. Oh, wir müssen uns wieder sammeln. Da vorne ist der... Ja, der kommt nämlich eh. Das ist ja nicht schlimm. Der kommt ja zu. Das ist ja nicht schlimm. Das ist auch nicht zu. Ich komme ja alle immer zu dem hin, der gerade am Leuchten ist, ne? Ich habe ja keinen Eiberbund mit. Oh, das war ein Tod. Hm. Okay. Ja, der ist ganz gut. Dann kann ich jetzt ein ätzig mal kommen. Ja, stimmt schon. Ja, glaube ich. Jetzt stimmt auch, mein Gott. kann ich verwirkliches wasser was ich habe mich zuhört was also dachte nicht zuhören danke ihr wollt das weiß ich bin ich nicht gut ich kann nicht immer Ja episch. Legendary ey. Naja, schon ein bisschen. Aber ich hab... Selbe. Schlange direkt hier. Yay. Boah, perfekt. Ey, die war hinter dem Meer danach. Ohne Regenmacher. Perfekt. Oh, hier kommt der Dritte von links. Oh, bin auf dem Weg. Da komm ich leider nicht so gut ran mit dem Faller. Ah, der lebt, der braucht noch einen. Ah, der sieht mich schon wieder an ey. Oh, da kommt direkt ne Schlange raus. Oh, die... Okay. Die hast du mich auch. Die hast du mich auch. Die hast du mich auch. Ich auch. No, no. Da kommt ein Turm raus. Da kommt ein Turm. Oh, ein Hai ist hier auch. Scheiße. Ich hab gerade meine Bombe einfach dahin geworfen, in der Hoffnung ist. Okay, perfekt. Underscheid kriege ich. Underscheid kriege ich. Okay, nice. Ich versuch den Tonk. Gib dir mal Rückendeckung. Ich versuch den Tonk. Natürlich ist das wie die ich versuch den Tonk. Einfach nur da raus. Erstmal raus hier. Ja. Oh, perfekt. Wir haben es. Ja wir haben das. okay spielen also spielen okay ich habe ich weiß nicht was passiert ist und daher ich hab dich ja vor dem teil gewahr ich habe nicht aufgefressen ach so dass ich von dem größeren fisch fressen ich weiß nicht ob er größer war und also ich größer seit zwei weißt du ja ich war es warum stoßt du nicht runter was weg nein wie mario nein dieser tor meld hast du aus ja das ist eine schlange dazu gekommen wie ich einfach nicht treffe kann ich ein ich hätte die jahre mit dem stahl ich habe noch ein gehabt und vorjahr los oder aber ich glaube ich war schon was länger als schneller ultra steuer hat ja dann kipp und kreis hat den keks nicht du vor wir haben 60 eier muss gucken wie weit selina ist